Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K6 in unserem kleinen King-of-the-Ring-Turnier. Ich bin der Onkel und wieder mal mein Gegner ist der Rewano. Ja, und weiter geht's hier bei unserem kleinen Turnier und wer Rewanos Gegner ist, den sieht ihr jetzt natürlich gleich auf dem Bildschirm. Ja, du siehst erstmal, meine Leute sehen erstmal deinen Gegner, der steht nämlich auf meiner Seite. Und du bist Randy Savage. Okay. So, jetzt kriegst du, du hättest, na wohl, hättest du auch den neuen nehmen können. Okay, da würde ich sagen, hier ist dein Gegner. Den hast du schon sehr oft auch unterschätzt. Warte mal, ich hab dich gar nicht, ach, ich hab dich gar nicht mit, äh, zu Glück ist mir das jetzt aufgefallen. Ich hab dich gar nicht mit eingebunden. Ja. Jetzt bist du dabei. Entschuldigung, liebe Leute, ich habe versehentlich Rewano nicht mit eingefügt. Also Rewano ist natürlich mein Gegner, Entschuldigung. Das war jetzt ein bisschen doof. Hast du alles eingestellt? Ja, hallo, liebes Publikum. Ich hoffe, das war jetzt nicht so störend für euch. Naja. Auf jeden Fall sei jetzt wieder da und, äh, würde ich sagen, los geht's, mein Freund. Ja, dann, let's fight. Erstmal schön mit meiner pinken Unterbuchse wieder. Ja, der Wendy Savage hat schon harte Kämpfe hinter sich, ähm. Da haben wir schon echt coole Sachen gemacht, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, oh. Du hast eine gleiche Kämpfe gedrückt. Du bist heute sehr laut, muss ich sagen. Okay. Ich bin voll Elan. Wo kriege ich ja in die Gefangenheit, Alter. Weil du der auserwählte bist. Meine Fresse. Warum haben wir heute immer die gleichen Ideen? Warum, ey? Was erzählst du das? Weil ich gut bin. Ah, ich glaube, jetzt sieht es nach was anderem aus. Ah, wo bin ich jetzt? Ah, auf der Seite. Ah, ich vertue mich immer. Ist der jetzt weg? Oh, du Drecksack. Komm schon. Ah. Ha. Jawoll, ja. Erstmal einen Schlag verpassen. Ha. 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 Nein. Und Atsch. Ha. Mist. Jawoll, endlich hab ich es mal geschafft. Autsch. Jetzt geht es los, mein Freund. Jetzt geht es los. Na, er haut schon wieder ab. Na, stand gerade zur Auswahl. Hab ich gleich mal gemacht. Oh, ha, ha, geil. Herzlich willkommen wieder im Ring, mein Freund. Ha, herrlich. Das ist ja gleich benommen, der Junge. Alter. Sag, sag mal. Okay, er haut wieder ab. Kann ich gerade noch so durchgehen lassen. Komm, geh weg. Ja, dann komm rein. Oh, ich hab schon meinen Schlag kommen sehen. Das war ja wohl nix. Und er tritt mich zusammen. Was machst du denn jetzt? Ach, ein unfaires Cover. Muss aber probiert werden. Ja, okay. Kann man machen. Nur muss man auch nicht. Was hast du davon? Oh mein Gott. Ah, er geht wieder raus. Wahnsinn. Ach, was machst du denn? Geh raus. Ach, er holt nur einen Tisch. Glaube ich bin ein Tisch. Na komm, der Tisch, Mann. So, so geht man mit Tischen um. Natürlich geht es wieder schief für mich. Ich glaube, Dino Braun wird diesmal rausfliegen. Komm her. Ich habe gar keine Ahnung, was ich für Moose habe. Aber ich will irgendwas machen, was dich auf den Tisch schmeißt. Das wäre auf jeden Fall schon mal nett. Okay. Nee, das war nicht gut. Ach, hör auf damit. Ich will nicht covern. Wollt gar nicht covern. Ich wollte die. Ich wollte die nur hochheben. Okay, das ist nochmal was Gutes. Nee, nee. Wollt nicht. Okay. So. Okay. Muss ich nochmal gucken, was ich denn noch so für Moose drauf habe. Ja, mich rausschmeißen ist am besten. Naja, das ist nicht ganz so gut gewesen. Äh, so. Au. Ja, aber das muss sein. Und jetzt erstmal ein bisschen wirken hier. Ja, das Wendy Savage vom Wendy Savage gewirkt zu werden, ist auf jeden Fall was Feines. Ja, das ist nicht so gut. So, komm mal wieder rein. Genau. Karton. Karton? Sieht gar nicht so schlecht aus für mich gerade. Ah, da brauch ich doch so lang. Hm. Hm. Der Macho Man, sagt er. Boah, geil. Den würde ich gerne auf den Tisch machen. Das wäre auf jeden Fall geil. Mein Gott. Da geht er einfach raus. Habt ihr das gesehen? Da geht er einfach raus. Ich wollte mich nur hinsetzen. Äh. Da stand gerade, was sehr interessant ist, aber irgendwie. Tisch anzünden. Ja. Ja, genau. Ähm, ja. Ja, überleg da immer ein Stück, bis du deine Aktion unterschürst. Das ist super. Ja, das Problem ist, was ich habe, dass ich ganz gerne mal wissen würde, wie ich dich nochmal packen kann. Ich hab's absolut vergessen. Finisher! Ja! Treffer und Cover. Na gut, schauen wir mal. One. Two. Nein! Okay. Aber du hast meinen Finisher schon mal nicht bekommen. Das ist schon mal gut. Ja. So. Jetzt muss ich... Ich bin auch ziemlich am Arsch, muss ich sagen. Mhm. Ah, okay. Er kontert. Oh, oh. Geh bloß weg. Das ist mein Tisch. Ja, ich kann auch abhauen, so komisch. Aber will ich gar nicht. Ja, das Problem ist, dass du das manchmal... Dass ich das zumindest automatisch irgendwie mach. Ja, wenn du R2 drückst, zählt das dazu, ja. Oh, oh, das sieht böse aus. Das sieht scheiße aus! Nein, genau das wollte ich mal. Können wir versuchen sie zu wenigstens? Können wir versuchen sie zu wenigstens? Na ja, jetzt. Ne, ja, es ging den Tisch. Da kann man auch schon mal rumgehen. Ja, das stimmt schon. Aber guck mal mein Lebensenergie an. Ich bin nur grün. Deine Lebensenergie, jetzt willst du ja sterben. Beide Macho-Man. Meine Macho-Man sieht aber gerade nicht mehr so gut aus, mein Macho-Man. Oh. Ja, ja. Ach, haha. Kabam, mein Freund, kabam. Was wollte meiner denn machen? Nein, gekontert. Oh. Habt ihr das gesehen? Meiner wollte das anders zucken. Tricks. So wollte ich machen, genau. Boah, den hätte ich gerne im Tisch gemacht. Ah, die Taste hätte ich drücken müssen. Ja, aber jetzt, das müsste man. Ja. Für den nächsten Tisch. Wie du da stöhnst, wenn ich dich schlage. Sau geil. Und bam. Und bam. Ja, Wacho-Man, Randy Savage. Ja. So, gehen wir mal weg. Und dann kommen wir mal wieder an. Und dann machen wir mal. Nein! Drecksscheiße. Das war mein S gewesen. Au. Oh, oh. Komm rein. Nein! Oh, du Wichser! Bam! Siehst du mal, wie das ist? Nein! Ah. Scheiße. Steh auf, du Idiot! Steh auf! Ach, die Baut. Ich hatte das so lange gemacht. Oh, bitte lass klappen, bitte lass klappen. Ach, Mann, ey. So eine Scheiße. Oh, auf den Tisch wieder. Guck mal, wie der schreit wieder. Oh, die Tischteile sind doch so hart. Nein! Na, ficken! Oh, nein! Bitte lass klappen. Ja! Gott sei Dank. Gott sei Dank. Na. Ach so, ich habe keine Energie. Natürlich nicht so schön, dass ich mal wieder keine Energie habe. Oh, da kommen wir wieder raus. Geh weg! Ah, da ist... Batsch! Boah! In Zeitlupe haut er mich hier kaputt. Geh raus! Nein! 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 Nein, du wickst auf! Ja! Komm! One! Ah. Ah. Nein, 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 nein! Oh, Mann. Du bist so vor. Hä? Was du vor hast... Mach... Ja, ich wollte dich eigentlich ein bisschen umwerfen. So, genau. Oh, ist ja umwerfend. Du bist so umwerfend zu mir. Ah, komm, jetzt geh auf das scheiß... oberste Seil da. Okay. Ja! Wieder der Finisher. Schönes Ding. Cover! 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 One! Two! Ja! Nein! Nein, 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 nein! Das gibt's doch gar nicht. Oh. So eine Scheiße. Aber viel Lebensenergib ist... Oh, jetzt kommt er noch raus. Hm. Komm schon. Komm schon, komm schon. Ja, nein! Ja! Ja, 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 ja! Nein! Ja, ist das herrlich. Ist das herrlich. Und meiner ist total erschöpft. Meiner ist total erschöpft. Komm, steh auf! Ja! Oh, Signaler. Und der letzte, der letzte Move. Ja, ja! Oh, Mann! Komm schon, steh doch auf, du Ochse! Und... Ja! Der dritte und hoffentlich letzte. Und Cover, Cover! Und er covert. Auf die Wandern. One! Two! Yeah! Das gibt's doch gar nicht. Das ist... Ah, ich muss einen anderen Finisher machen. Dreimal! Das ist doch übertrieben. Ach, sorry. Aber ziemlich K.O. scheinst du zu sein. Nö, ach, Quatsch. Gutsch. Geht schon, Sata. Oh, nein. Natürlich kommt er raus. Voll übertrieben. Drei Finisher. Müsste Schalix tot sein. Ach. Ja. Und ich hab immer noch... Und dann nicht meine... ganze Energie weg. Weißt du, was ich mein? So, na dann. Komm' ma' ma. Ach. Na. Ach. Geh weg. Dieser nervig kleine Sack. Komm's auch doch mal draus. Na komm. Ach, komm. Wieso kann ich dir nix machen? Mann. Voll blocken. Bam. Was macht er denn? Hallo? Hallo. Meiner ist mindestens genauso K.O. wie du. Ey, ich hab nix im Drücken gehabt. Oh, das war nicht dein Finisher, ne? Doch, äh, das war mein Segneter. Komm her. Bitte, 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 bitte. Nein! Ja! 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 Ja, und mein Mann! Ach, du Angsthase. Der war geil, den musste ich machen. Ich hätt' warten können, aber der musste sein. Der musste einfach sein. Das war so geil jetzt. Geil. Ich geil gemacht, Wendy. Nicht schlecht. Das ist ein klein Wendy. Komm schon. Oh, das gibt's doch gar nicht. Oh. Ja. Nein! Ja! Ja, komm jetzt, komm! One. Du, nein, der kommt raus. Ich glaub es nicht. Oh, was ist denn hier los, ey? Ja, aber jetzt, du! Jetzt, komm, 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 komm! Eins! Oh, nein! Oh. Komm schon! Nichts zu Boden, kleine Drickser. Was ein Kampf, ey! Oh! Und! Ahm! Alter, ich bin im Arsch! Steh auf! Oh, Mann, ey! Bäm! Oh! Komm, mach! Na, guckst du doof, ey? Guckst du doof! Tja! Wann ist denn nicht gleich gepinnt, der Penner? Hm. Und eins! Zwei! Nein! Ja! 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 Scheiße! Mann, du dreckiges Scheißvieh! Nein! Ja! Oh! Nein! Wir sind wieder reingerannt! Oh, Mann! Au! Dieser miese, 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 kleine, dreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckdollojalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljalljall Alter, der ist total k.o. Ah, hau ab. Ach, so ein Scheiß. Komm ran. Nein! Oh, Mann! Ach, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf! Au! Komm schon! Hä? Warum hat der Meiner nicht mehr irgendwie Block angezeigt? Komisch. Komm schon! Oh, Mann, hau ab! Wenigstens nicht auf den Stuhl. Komm schon! Komm schon! Ja! Komm jetzt, jetzt aber! Jetzt, eins, zwei! Ja, ja, ja! Das gibt es einfach nicht! Verdammte Scheiße, du Dreck! Nee, du gehst jetzt zu Boden, du kleines, mieses Arschloch! Mein Gott! Jetzt reicht's mir! Du mieses Dreckschwein! Du blöde Sau! Du dummes Arschloch! Du, du stehst jetzt nicht mehr auf, du Dreck-Sau! Du, du mieses Stück Kacke, du! Du, komm ran, komm ran, komm ran! Du hast erst mal gekillt, du Dreck-Sau, du! Du kleines Bitch-Dreckschwein! Ey, das ist der Finisher vom, äh, vom, äh, Borg-Lessler! Du! Komm schon gleich wieder auf den Stuhl, ich müsste ihn jetzt kaputt machen! Kaputt schlagen! Ähm, komm, ja, genau, komm, 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 komm! Bats, genau, ja, leg dich hin! Hä, was ist denn jetzt los? Hä, jetzt? Du Dreck-Sau! Ah, nein! Aber ich hab noch was, ey! Ach, Mann, ist doch scheiße, sowas, ey! Jetzt hab ich dich! Echt? So, bleib liegen, hab ich gesagt! Puh! Dieses miese Kleine! Nein! Nein! Ja, komm, komm! Eins, zwei, zwei! Nein! Ja! Ja, so hab ich das verdient! Ja! Randy Savage! Boah, ich sag dir bald, keilste Shawn Michaels gegen Randy Savage. Geil, ist das ein Stehaufmännchen. Boah, du musst dir jetzt mal angucken, wie klein das Cover war. Das war die kleinste Lücke, das war noch nicht mal ein Millimeter. Ich drückte und die... Oh... Das war... Ja, das ist geil, das war so richtig geil. Die ganze Zeit, ich hab gedacht, jetzt ist es vorbei. Aber er verhaut mich mit dem Stuhl, alles. Und dann mach ich einen Move und Cover und ich... Ja, geil. Oh, das war so ein richtiges Randy Savage Match. Wie oft hat er das gemacht, sowas, ey? Scheiße, ey. Ich hab dich gehabt, eigentlich. Ich hab dich gehabt, Mann. Du hast zu viel gespielt mit mir. Ich hab dich gespielt, ich hab überhaupt nicht gespielt. Boah, geiles Match ohne Witz. Das hat mir richtig Nerven gekostet. War noch ein richtig langes Match, ja? Randy Savage, ey. Hammer geil, ey. Gott, hab ich mich grad gefreut. Ach, aber du bist dran. Huh! Gewinner! Boah, war das Match, okay. Ja, da haben wir uns jetzt unsere ganzen Aggressionen rausgeschrien und wir sind jetzt wieder bestens gelaunt nach diesem Match. Und ja, da wollte ich sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Mal gucken, was das denn für ein Match wird. Aber wir. Äh, ich darf morgen sogar wählen. Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Achso. Und let's get ready to rumble! Aaaaaah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020